Prinz Harry war an seinem 75. Geburtstag nicht bei König Charles, hat ihn aber berichten zufolge angerufen, obwohl ein Experte warnte, dass die Kluft immer noch tief sitzt, Prinz Harrys einzige angebliche Bitte an König Karl III. In einem Geburtstagsanruf an seinen Vater wurde von einem Experten der königlichen Familie aufgedeckt, er warnte jedoch davor, dass die Nachfrage auf taube Ohren stoßen werde. König Charles wird heute 75 Jahre alt, musste aber an seinem großen Tag auf Harry an seiner Seite verzichten, nachdem ein Vertreter des Prinzen letzte Woche sagte, es habe «keinen Kontakt» seitens der königlichen Familie bezüglich einer Einladung zu den Geburtstagsfeierlichkeiten seines Vaters gegeben. Stattdessen hat der Herzog von Sussex Berichten zufolge seinen Vater angerufen, um ihm Geburtstagswünsche zu übermitteln. Einige Royal-Fans glauben, dass dies der Anfang vom Ende der erbitterten Kluft zwischen Harry und den Royals sein könnte. Doch nachdem Harry und Meghan in den letzten Monaten eine Reihe von Ansprüchen gegen die königliche Familie geltend gemacht haben, scheint eine Lösung ihres Streits noch in weiter Ferne zu liegen, da ein Experte behauptet, der König werde einer gemeldeten wichtigen Bitte seines Sohnes nicht nachgeben. Der königliche Kommentator Richard Fitzwilliams sagte gegenüber Daily Express US, Prinz Harry möchte berichten zufolge eine Entschuldigung der königlichen Familie für die Art und Weise, wie er und Meghan ihrer Meinung nach behandelt wurden, als sie aktiv waren. Da er keins bekommen wird und der König sie nach der Veröffentlichung und Veröffentlichung seiner Memoiren, Spare, aus Frogmore Cottage vertrieben hat, ist die Kluft tief. Es wird davon ausgegangen, dass Harry und der König mehrere Monate lang nicht gesprochen haben, aber Herr Fitzwilliams glaubt, dass der Anruf des Prinzen beim Monarchen, hilfreich, wäre, da er immer noch große Bewunderung für seinen Vater empfindet. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017